Ja, hier in Pausebildschirm sind wir wieder. Erstmal Hallo und herzlich Willkommen. Ja, Folge Nummer, hm, wenn ich mich nicht irre, müsste das jetzt 9 sein? Könnte sein. Naja, auf jeden Fall sitzen wir jetzt im Panzer. Hier, so. Und haben einen neuen Bewegung bekommen. Haben hier so ein paar Panzer kaputt gemacht gehabt. Oh, so. Oh, und dazu haben wir schon wieder beschossen. Ja, da war noch irgendwie so eine Artillerie oder so. Ähm, Jungs. Wenn wir jetzt einfach stehen können. Alle Anvil einhalten. Hier ist Super 1 1. Kreisen jetzt über euch und stellen Drohnenübertragung durch. Geh auf Murphy-Übertragung! Murphy's Mobil! Okay. Schauen wir mal so. Anvil 3 1, die Raketenbatterie ist euer Primärziel. Luftnahunterstützung auf Station. Verstanden, Führung, Anvil. Halten uns bereit für Bombardierung. Okay. Was für ein beschissener Bienenstock. Okay, Miller. Markiere das Ziel! Da? So. Anvil 3 1, wir markieren eure Stelle. Luftnahunterstützung ist in 5 Sekunden da. Okay. Los geht's! Ähm. Super 1 1, 033. Einsatz abgeschlossen. Minimale Schäden an feindlicher Position. Wir ziehen jetzt ab. Hä? Warum? Verstanden, 3 1. Werde Ultra 3 4 unterrichten und sofortigen Neuangriff vorschlagen. Führung Endweiler muss sich eventuell darum kümmern. Und die BDM-Gerung anrufen. Nicht so klasse. Lade nicht! Hm. Alle Inselpasszeuge setzen den Angriff auf. Scheiße. Mal frei. 2, 1, los! Fahrrad, mit Kugel jetzt ausrücken! Die BDM-Gerung auf. Dramatische BDM-Gerung auf. Mh. Dramatische BDM-Gerung auf. 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 Gibt's aufs Maul. Oh, ist das lustig. Was, 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 was? Wer will da was? Ach, ah. Machen wir. Wieder. So, was ist denn? So, was war? Nehme mal Platz. Da, 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 da. So. Was? Warte. Yeah. Was ist das denn, Kollegen, oder? Oh Gott, gehen wir rechts nach links? Identifiziere Panzer! T-72, greifen an! Identifiziere Panzer! Sie laufen, wir folgen fliegt! Ressler, darfst du ein bisschen nach links! Dicht nie! Die haben die nicht gesehen! Oh! Oh! Interessante Sache! Oh! Schießen! Treibsspiegel! Ach, schlechter! Ach! Im Lasten Sinne des Wortes! Puh! Haben wir noch irgendwo... Rauch oder so? Schreibschuss! Schreibschuss! Und hier den Angriff her! Oh, müssen wir ein bisschen... Zurück halten, ja! Naja... Glaube, wieso... Oh! 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 Position wechseln! Wieso kann ich schnell wegfahren hier? Ja! Maaam... Ich sterbe auf mich. Gaust! Oh! Oh! So, oh. Mal gucken hier. Ob ich da mal so ordentlich von der Seite ficken kann. Jetzt wird es lustig So, trotzdem nicht so sehr Wenn er... Na, müsste man sagen, jetzt auf der Schussweite stehen So, gut Oh Letzter Panzer! Sie ist zerstört! Gäste und angreifend! Da ist der Herr Jetzt Jetzt Yes 3-3, bleibt in Formation! Ich habe die fissäre Fahrzeuge direkt voraus! Boden Alle Händel-Einheiten greift den feindlichen Konvoi an und vernichtet ihn bevor ihr weiter rücken Verstanden? Alles klar Juhu, Konvoi zerstört Das hört sich doch lustig an Oh, da sind sie schon Oh, da sind sie schon Lalalalalala Allmatt Juhu Juhu Ja, juhu 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 Vist Was treffen können sie? Wo soll ich denn dann noch mit Feuer einstellen? Ah, sind die Schweine! Panzerfaustis? Vordern, vordern Feuer einstellen! Was ist die denn noch? Echt? Alles schon drin? Wie langweilig Da kommt doch bestimmt noch was Scheiße! Heftige Rechnung, die die B1er ausstellt Wut, wie? Wo? Ja? So Folgensache Folgen wir mal Miauuu Also ne Panzerfahrer macht schon echt Laune Das müssen wir ja mal sagen Oh Hm Die arme Bantane hat keine Chance Das wird wie ein Dichmann Was ist das typisch? Was ist das typisch? Wut 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 Sieht hier aber auch nicht so Wuradenjet? Wut? Hm Wut Wut Nicht vollCon Äh Entschuldigung 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 Wut Wut W Was ist denn da hinten los Hm Ich versteh's nicht. Kuhn da. Freu'n Ding. Zack, 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 zack. Was los hier? Erzähl mal. Hä? Was denn? So, komm. Bitt nicht mehr. Wir haben geschossen, bevor wir fertig waren. Womit? Irgendeiner muss an den Scheißzünder und ihn auslösen. Ja? Jemand muss darüber, aber ich bin das ganz bestimmt nicht. So, dann. So, das ist wohl ne Sache. Jetzt seh' ich da schon jemand. Wer schießt hier auch nur? Da sind aber bestimmt noch ganz viele. Aua, aua, aua. Sache mal. Da war noch jemand. Da war noch was anderes. Nö. Natürlich nicht. Schnippsau. Wir müssen da hin. Jetzt seh' hier noch niemand. Wow. Au, au, au. Wo dann? Ja? Oh, oh. Saftsack. Komm. Ei, 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 ei. Ui. So, und du? Sind wir hier? Ja. Au, au, au. Mhm. Ist ok. Hier. Ist da was? Say nex. Ja. Ja. Stimmt die Sau. Hahaha. Da ist irgendwie noch was. Ja. Die Luft auf der Restenz ist echt vertagt. Ist er toll? Komm einfach mal so nach. Also. Neigert. Oh, go, 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 go. Was sollen wir hier sprengen? Ne? Ja, gerne doch. Ja, ok, 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 go, 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 go. Ui. Oh. Oh, na, 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 na. Na, 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 na. Natürlich nicht. Hop, 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 hop. Geh du vor. Komm schon. Drück den Zünder. Ja, ne. Hallo? Ist er jetzt in die Luft geflogen? Die Schockwelle bringt mich zum Kotzen. Gute Arbeit. Gut gemacht. Du solltest den Soll von dem Typ einstreichen. Er hat's schon in seinen Job gemacht. Zurück in den Panzermann. Wir brauchen nicht an der 50. Machen wir doch. Rinder. Rinder. Ja. Machen wir hier so ein bisschen Boll an. Hm? 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 Ist ja nix. Hm. Ich lass mal aufteilen. Anvil 34, rückt auf der Hauptstraße weiter vor. Zerstört alle gegnerischen Kräfte. Meldet euch, wenn ihr außerhalb der Stadtgrenzen seid. Out. Okay, Männer. Vorrücken. Hm. Die Unterstützung. Wow. Okay. Also hier sind wieder alle noch oben. Merke schon. Diese Scheiße. Wenn wir schon mal schön kaputt halten. Bisschen höch. Nix. Ah, stopp. Jetzt einfach mal davon aus. Wut. Dass das liegt aber auch. Anderbar, verrechterliebend! Eeeeh... Entschuldigung Wo ist jetzt hier? also also in die schweine fangstelle fangstelle fischischischisch Arschloch gibt es auch noch was zum Ermsen auf durch na lo wo überhaupt nicht viel zerlegt was hier äh so was was nein ouch ok ach hm seh hier gar nix oh umstellen sich schweine sich jetzt auch an wow wow da ist noch was da ist noch da alter lucky one noch jemand? wieder was alter zah man mann mann material schlacht man plus ultra hier wo wie was Okay, ich ziehe möglich! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Okay. Okay, Männer! Vorrücken! Nein, los! Endes 664, Endes 34. Wie werden uns Einheiten abgegriffen und zerstört? Alle Endes Einheiten wartet auf Befühle wegen von Orientierung der Mission. Was geht hier am Weg ab? Das würde ich auch gerne wissen. Aber war schon ein nettes Bam Bam und so. Echt schick, echt schick. Keine Angst vor Bösen. So, so. Was könnte das für sein? Naja, schauen wir mal. Sie waren in der Bank gefangen. Ja, und uns lief die Zeit davon. Genau wie jetzt. Die kamen also dann in die Stadt. Wo war das? Draußen war ein Platz. Wir hatten die Bombe und warteten in der Bank auf Miller und Anvil 3. Ich funkte sie an, um zu fragen, wann die Ablösung kommen würde. Sie sagten drei Minuten. In drei Minuten werden wir da sein. Drei Minuten. Okay. Na ja. Tja. Hier werde ich jetzt aber mal wieder unterbrechen müssen. Wir sind nämlich schon wieder ein bisschen am Ende und so. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, schaltet dann auch beim nächsten wieder ein. Das heißt Battlefield 3. Auf bald.